Ja, meine Damen und Herren, ich bitte einmal kurz ganz wichtig um Ihre Aufmerksamkeit. Der gesamte Zug war ja vorhin bestehend aus zwei Zugteilen und im Original sollte dieser, unser Zugteil, der hintere sein, der dann auch nach Bremen fährt. Der vordere Zugteil IC632, der vorhin bis Hannover noch dran war, sollte der vordere Zugteil sein, der dann auch weiter nach Hamburg fährt. Mir fällt es echt schwer, das jetzt vernünftig ohne Lachen auszudrücken. Es wurde verbockt. Wir sind jetzt hier auf dem Weg nach Hamburg. Ja, wir sind jetzt wirklich auf dem Weg nach Hamburg. Verkehrsleitung ist informiert, es wissen alle nötigen Stellen Bescheid. Ich warte jetzt selbst auf Information, wie es weitergeht. Meine persönliche Vermutung ist, dass wir mit diesem Zug hier bis Hamburg-Harburg fahren und dann nach Bremen zurücksetzen. Das ist aber wie gesagt erst einmal nur eine grobe Einschätzung meinerseits. Einerseits, ich warte noch auf reelle Informationen von der Verkehrsleitung. Sobald ich diese habe, meine Damen und Herren, werde ich diese umgehend an Sie weitergeben. Bitte diesbezüglich noch um Geduld. Vorab einmal schon die Information, dieser Zug hier wurde viel geleitet. Wir sind jetzt hier auf der Strecke Richtung Hamburg anstatt Richtung Bremen. Und bis wir dann in Bremen wirklich angekommen sind, auch wieder eine grobe Schätzung wird es nach 14 Uhr sein. Wie gesagt, sobald mir Informationen zugestellt werden, meine Damen und Herren, gebe ich diese umgehend weiter. Ich kann mich hier nur an dieser Stelle für die Firma entschuldigen, was da gerade gelaufen ist und bitte um Verständnis.